Moin Moin Leute und herzlich willkommen hier aus der neuen Wohnung. Allerdings ist das noch nicht der Umzugsvlog, auf den ihr vielleicht wartet. Deswegen gibt es jetzt erstmal nur hier diesen kleinen Ausschnitt der neuen Wohnung zu sehen. Aber der Vlog kommt noch, keine Sorge. Und bevor ich euch hier mit irgendwelchen Fakten vollbombe, möchte ich mich wirklich erstmal dafür entschuldigen, dass die Videos so lange ausgefallen sind. Jeder von euch, der das letzte Infovideo gesehen hat, weiß warum das so ist. Eben wegen des Umzuges und so weiter. Allerdings hat sich das von meinem eigentlichen Ziel bis spätestens Mitte März damit fertig zu sein, um einiges verschoben. Und ich vermute mal, dass es bis spätestens Anfang April noch dauern wird. Und damit es endlich mit den Videos weitergehen kann, will ich definitiv noch das angesprochene Kanal-Upgrade fertig machen. Sprich, der Kanal-Banner und den Avatar-Upgrade. Und für beide sind auch schon Ideen gesammelt. Aber da habe ich noch nicht mal angefangen, aber das Banner ist so gut wie fertig. Und genau darum geht es mir nämlich in diesem Video. Weil wer von euch mir auf Twitter folgt, der hat in dem letzten Post schön lesen können, dass ich jedem von euch die Chance geben möchte, Teil des neuen Banners zu sein. Und wie genau das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt. Um euch nämlich schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das Banner zu geben. Es wird quasi aus mehreren einzelnen Teilen bestehen. Und einer der wichtigsten Teile seid natürlich ihr die Community. Und da habe ich überlegt, wie kannst du die jetzt am besten mit aufs Bild bringen? Und da hatte ich die Idee, okay, nehmen wir einfach einen bestimmten Roblox-Platz. Nein, es wird nicht wieder Minecraft sein, sondern wirklich ein Roblox-Platz, wo ich alle euch auf ein Foto bringen möchte. Und speziell dafür ist am kommenden Samstag, dem 1. April und... Nein, nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein April, Schatz. Das ist wirklich ernst gemeint. Am 1. April möchte ich mit euch einen Teil des neuen Kanal-Banners aufnehmen. Und zwar findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu einem Roblox-Platz, wo wir uns dann treffen. Und zwar an diesem Samstag um 14 Uhr. Seid dafür am besten schon so gegen 13.30 Uhr im TS. Und sobald alle da sind, 14 Uhr, gehen wir auf den Platz rauf. Dann sage ich euch am besten, wie wir das machen. Und dann kommt dieses Foto mit ins Kanal-Banner rein. Und dann ist auch schon alles erledigt. Mehr ist für diesen Tag nicht geplant. Also erwartet bitte nicht, dass wir danach noch stundenlang zocken oder so. Ist nicht drin, weil ich will die Zeit wirklich effektiv nutzen, um das Kanal-Banner und alles fertig zu kriegen. Weil ich will wieder mit Videos anfangen und es wird bald versprochen. Von daher will ich auch jetzt gar nicht erstmal irgendwelche anderen Infos geben. Ich ballere euch nachher noch genug mit Infos zu, wenn dann der eigentliche Umzugsvlog kommt. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber ansonsten, falls ihr zwischendurch noch irgendwelche Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Auch in ältere Videos, ihr wisst, ich lese mir jedes Kommentar durch. Und ansonsten freue ich mich auf euch. Am nächsten Samstag, wie gesagt, 13.30 Uhr am besten schon auf dem TS sein. Auch die Teamspeak-Adresse findet ihr dann nochmal in der Videobeschreibung. Und bis dahin sage ich es soweit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin von eurer Ultra-Keks-Kanone. Und einer davon ist natürlich, jeder von euch da draußen spricht die Community. Ich sollte WhatsApp ausmachen. Und das ist natürlich, jeder von euch da draußen ist, jeder von euch da draußen ist.